Wenn ein Tor fällt und das ist doch klar und leuchtet sofort ein Doch wenn die runden Bälle alle sind, dann kommt der Eckball rein Da kommt der Ball, da kommt der Ball Logisch, was soll doch sonst kommen? Vielleicht der Briefträger, hä? Nein, Tor, Tor, Tor! Ja, wenn ein Tor fällt, ja, wenn ein Tor fällt dann bauen wir es wieder auf Zuerst den Pfosten links und dann den Pfosten rechts und dann die Latte oben drauf Ja, wenn ein Tor fällt Ja, wenn ein Tor fällt dann bauen wir es wieder auf Zuerst den Pfosten links und dann den Pfosten rechts und dann die Latte oben drauf Trinken soll ein Spieler nicht bloß der Linienrichter trinkt damit er eine Fahne kriegt mit der er immer winkt Ich hab nur einmal mitgespielt und hab mich sehr blamiert Denn der Mann vor mir war ungedeckt Das hab ich nicht kapiert Die 10 auf die 8, die 8 auf die 9 macht zusammen 27 und Tor, Tor, Tor! Ja, wenn ein Tor fällt, ja, wenn ein Tor fällt dann bauen wir es wieder auf Zuerst den Pfosten links und dann den Pfosten rechts und dann die Latte oben drauf Ja, wenn ein Tor fällt, ja, wenn ein Tor fällt dann bauen wir es wieder auf Zuerst den Pfosten links und dann den Pfosten rechts und dann die Latte oben drauf Müller geht bei verloren zu Doch Müller, gute Zug Ja, brav und flanke, danke, Tor! Ich bin zu Hause Partifist und schlage deshalb vor Die Doppel-Null-zu-Null-Lösung Niemand kriegt ein Tor Welch ein Spieler, welch ein Ballartist Er schießt beinbeinig und Zwei Tore, zwei Tore! Ja, wenn ein Tor fällt, ja, wenn ein Tor fällt dann bauen wir es wieder auf Zuerst den Pfosten links und dann den Pfosten rechts und dann die Latte oben drauf Ja, wenn ein Tor fällt, ja, wenn ein Tor fällt dann bauen wir es wieder auf Zuerst den Pfosten links und dann den Pfosten rechts und dann die Latte oben drauf Und dann die Latte oben drauf und dann der Latte oben drauf Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!